Was macht für Sie die Faszination an der Forschung aus? Bei uns ist es generell Neugier. Man hat irgendwelche Fragen und will die beantwortet wissen und will das jetzt wissen. Das ist also eine Faszination natürlich. Und ich bin Meeresforscher und fahre auf den Weltmeeren mit Forschungsschiffen beieinander, Arktis, Arktis und in Proben. Und wir finden immer neue Sachen. Also wir versuchen immer mehr die Natur zu verstehen. Wir finden neue Organismen, neue Phänomene. Und das ist einfach Befriedigung der Neugier. Und das macht Spaß.